Willkommen zu einem neuen Video auf Milleis Welt, meine Lieben. Wir waren ja im Urlaub und haben Videos vom Urlaub gebraucht auf Family Fun. Und auf Milleis Welt kam nichts und deswegen haben wir immer die Kamera mitgenommen und haben ein paar Szenen immer mitgefilmt. Also es ist nicht alles der gleiche Tag, immer ein paar Szenen. Und die haben wir für euch jetzt zusammengeschnitten. Und viel Spaß mit dem Video. Edda versteckt sich. Edda, du schaust jeden Tag eh gleich aus hier. Ja, jeden Tag. Ich habe jetzt eineinhalb Wochen das gleiche an gehabt gelaufen. Das stimmt doch gar nicht. Aber unsere Frisur... Voll der coole Campingplatz, man braucht nicht duschen, man braucht nicht... Edda, erzähl doch nicht so schwann. Die ist wie Robert geworden. Hier unser Frühstück. Die Kinder erwarten schon. Beeilt sie euch mal. Arif, komm jetzt mach hier Gas, 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 Frühstück. Ich habe doch Gas, ja. Edda, warte. Wir nehmen unsere Kamera gleich selber mit zum Spülen. Wir brauchen niemanden, der uns filmt als Beweis. Zeigt euch schön. Hier. Hokus, Hokus. Das ist fertig. Und laufen schon wieder. Stolper nicht mehr. Was hast du jetzt geschafft? Ich bin gestolpert. Wie kann man da bitte stolpern? Ich will rein und habe meine Schultern... So, jetzt schuldig und 500 Euro. Das gefällt dir, gell? So, Milet, tschüss. Wir gehen jetzt an unseren Campingplatz. Wir sehen uns morgen wieder, okay? Eben, wir machen jetzt eine Wette. Wer ist das Schnellste da hinten? Also, Milet, wer ist das Schnellste hinten? Schau mal, wie sie schaut. Ah, der will dich nicht fangen. Ach, der will, dass du ihn fangst. So, ich hab da schon frei gebudelt. Dauert ein bisschen halt. Müssen wir jetzt zwei Stunden dich anschauen hier. Weißt du was? Wenn du es so machst, dann machen wir einfach gleich so. Kommt die Melee jetzt alleine da raus? Keine Ahnung, da musst du spülen heute. Fünf Sekunden. Eins, zwei, drei, vier. Boah, cool. Da hat Papa aber mit dem Bagger nachgeholfen. Hey Leute, was geht ab? Herzlichen Glückwunsch. Hast du jetzt Pinky, oder? Ja, genau. Ah, der Minion steht. Nein. 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 Premiere, Premiere bei uns. Bei Family Fun. Robert ist das erste Mal eine Pizza in einem Restaurant. Generell mit der Hand. Hey, was geht mit dir ab? Ah, hab ich dich erwischt? Bin zu faul zum Schneiden. Berat, was ist das? Vogelkacke. Vogelkacke. Das heißt, wir müssen Lotte spielen. Ja. Bei uns sagt man, wenn Vogelkacke, äh, gewinnt man Geld. Wie Melee guckt. Wo hast du alles hingemacht? Nur am Arm. Alter, das ist aber interessant. Ich bin brave. Okay. Da. cuz... Das ist nicht so. When did er nicht getetet? naa in die Musik Du in nego Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Habt ihr mal ein bisschen gesehen, was wir im Urlaub gemacht haben auf Meles Welt. Danke fürs Zuschauen, abonniert unseren Kanal, Glocke aktivieren und das Video liken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.